Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo, da bin ich wieder, eure Sabine Blumenthal. Im heutigen Video geht es um die männlichen Keimzellen, die Spermien. Du lernst heute, wie die Spermien gebaut sind und wo und wie sie entstehen. Als Voraussetzung solltest du die männlichen Geschlechtsorgane kennen, ihren Bau und ihre Lage im Körper des Mannes. Beginnen wir nun zunächst mit dem Bau der männlichen Keimzellen. Mit einer Größe von nur 0,06 mm. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.